Musik 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 Ah, ok Ich bin ja echt am überlegen, ob ich mir das neue dann hole. Aber ich glaube Oh Gott, ich glaube, dass ich bis dahin noch nicht so weit bin, dass ich das machen kann. Es sei denn, ich hau wirklich durch. Wir sind Streams. Äh, siehst du? Du hast meine Hilfe gar nicht gebraucht. Du hast gesagt, hast du irgendeinen Hinweis gefunden, der uns weiterhelfen könnte? Ja, hier. Der letzte Silbermann können. Ein Handzettel? Zeig mal her. Der barmherzige Nald nimmt sich auf der... nimmt sich auch der Ärmsten unter euch an. Habt teil an seinen Herrlichkeiten. Findet Arbeit mit Nald. Hm. Wohl so eine Art Jobvermittlung für Flüchtlinge, was? Das Schreiben ist dahin gekritzelt und von Naldtal scheint der Autor auch nicht die meiste Ahnung gehabt zu haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Wisch von einem echten Priester stammt. Wir sollten dieses höchstverdächtige Dokument der Priesterin Ousen vorlegen. Vermutlich erholt sie sich in der Herberge in Camp Knochenbleich. Nur von ihren Verletzungen. Hm. Ähm. Äh. 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 Okay. Macht das ein wenig einfacher, ja. Ich glaube, es würde einiges so... Einige Sachen so ein bisschen einfacher machen. Dieses Auto ist mega. Echt mega geil. Äh. Warte, wo ist die Herberge? Da. Oh, ne. Was? Oh, da. Links, rechts, links, rechts, hier rein. Das hier Herberge? Ne. Gott, bin ich blind. Ja, ja. Okay, ich war richtig. Gibt der Frau niemals eine Karte, die sie leben muss. Sitz her, meine mutigen Retterin. Mein Dank an dich kennt keine Grenzen. Ohne dein selbstloses Eingreifen weite ich vermutlich nicht nur unter den Lebenden. Du warst für dich heute zu mir. Wer ist das Ding hier? Hm. Ein seltsames Schreiben. Die Schrift ist eine Beleidigung für die Augen. Niemals ist dieses Werk eines geschulten Priesters. Doch wer könnte... Da fällt mir ein, dass vor einiger Zeit ein Gewand aus der Kirche entwendet wurde. Es wird doch wohl kein falscher Pflichter sein Unwesen treiben. Ich würde mal darauf wetten, dass es so ist. Ausgezeichnete Arbeit. In Landon setzt sich das Puzzle zusammen. Der Entführer muss sich als Priester verkleidet und die Flüchtlinge in eine Fälle gelockt haben. Wir scheinen es mit einem Element zu tun zu haben, das genauso gerissen, wie es gut los ist. Ich werde die nötigen Vorkehrungen und für die Fortsetzung unserer Operation treffen. Erstattet du Isenbert Bericht und rate ihn, Vorsicht weiterzulassen. Äh... Piloten ist sehr grünes für Bewegungsgeschwindigkeit ziemlich nützlich. Äh... Ich hab doch... Äh... Ja, das hab ich tatsächlich auch schon herausgefunden. Besitze hier Gott sei Dank auch schon. Hab ich, äh... glaub ich schon relativ oft verwendet. Genauso wie meinen wunderbaren Sprint. Den hab ich auch schon... lieben gelernt. Das macht das Leben auch nochmal ein bisschen einfacher. Äh... Der Täter hat die Flüchtlinge als Priester... äh... als Priester verkleidet ins Licht geführt. Welche ungeheuerliche Dreistigkeit... Welche Blasphemie! Blasphemie? Ey, Blasphemie ist mein Wort. Du hast ja gerade ein Taxi. Ja... Oh Gott, du glaubst gar nicht wie dankbar ich dir gerade bin. Das erspart mir echt so die, äh... ganzen Laufwege. Vor allem weil hier... ich glaube nur zwei... Bestiariumsmonster für mich sind. Das heißt, hier muss ich noch nicht großartig suchen. Oder braucht... Oder kann jetzt halt, äh... Ne? Bin nicht drauf angewiesen, da jetzt hinzurennen. Also... Für das Taxi bin ich sehr, sehr dankbar. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Äh... Danke für diese Warnung. Wenn ich eine verdächtige Person bemerken sollte, hörst du das als erstes. Scheiße. Ähm... Ich brauche jetzt nur einen kurzen Blick auf die Karte. Ja, Karte habe ich ja, außer jetzt halt hier... in der Regel... immer offen. Also... Es ist... Ich falle schnapp zu. Ich seh nämlich dem ersten Prima entgegen. Ich hoffe es. Ich würde so gerne heute noch irgendwas Spannendes erleben. Das würde... Das würde dem Tag noch mal so ein i-Tüpfelchen draufsetzen. Äh... Ich habe keinen blassen Schimmer, wer sich hinter diesem falschen Priester verbergen könnte. Theoretisch käme fast jeder im Camp hier in Frage. Wo er war, mein lieber Isenbert. Doch es gibt eine Lösung für unser Problem. Wir schlagen den Betrügger mit seinen eigenen Waffen. Er verteilt seinen blasphemischen Handzettel an den Flüchtlingen, nicht wahr? Alles, was wir also tun müssen, ist uns als eben solche zu verkleiden und so zu tun, als würden wir ihm auf den Leim gehen. Ah, eine Falle. Wieso bin ich nicht selbst darauf gekommen? Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Doch wenn ihr zwei euch einen Zalunken annehmt, mache ich mir ehrlich keine großen Sorgen. Wie es der Zufall so will, wollte ich mich gerade einige alten Kleider entledigen. Nehmt euch das hier, um euch als Flüchtlinge auszugeben. Äh... Je eine löchrige... Löchrige Hanfschäfer... Unika und ein löchriges Paar Hanfschäfer... Weinlinge. Gott. Alles gezeichnet. Damit werden wir dem Gauner ein Schnäppchen schlagen. Sagt er, ohne zu wissen, dass wir kämpfen müssen wahrscheinlich. Ich befürchte es. Worauf wartest du? Rein in den guten Zürn und dann sprich mit möglichst vielen Leuten hier und gib vor, nach Arbeit zu suchen. Wenn sich die Kunden von deinem Auftauchen erst einmal verbreitet hat, wird der Priester mit seinen Handzetteln bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Wir werden ihn auf frische Tat ertappen. Aber bin ich den Leuten eigentlich schon aufgefallen, indem ich da rumlaufe? Ich meine, ich sehe jetzt nicht so aus, als wie jeder hin zu Guns. Warte, äh... Wie ziehe ich denn Quatsch an? Geht das hier rüber? Ja. Okay, wir sehen... Eidaria und der Bettelknabe. Ne, der Prinz und Eidaria, die Bettelknab... Knab... Knab... Ne? Klar soweit. So. Da hier. Was willst du? Äh... Flüchtling, bla bla bla. Das lese ich mir jetzt nicht vor. Hallo, großer Braun gebrannter. Wie komme ich da hoch? Oh. Sie ist das wie ein Amt, oder? Nein! Ich sehe ganz anders aus. Mich erkennt man nicht. Ich falle gar nicht auf. Wie komme ich da jetzt hoch? Okay, so nicht. Ah! Verstanden. Glaube ich. Ei, 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 ei. Statt die Treppe zu nehmen, springen wir einfach runter. Dächeln. Ach ja. Weil es so viel Spaß macht, von dir zurechtzulaufen. So, und den letzten nehmen wir uns natürlich auf, weil er in der Kneipe lungert. So, warum muss eigentlich nur ich in dieser komischen Kleidung rumlaufen und er kann da ganz normal stehen bleiben? Ausgezeichnete Arbeit. Selbst ich habe das Gerede der Leute über einen neuen Flüchtling bereits vernommen. Dieser falscher Priester wird also sicher nicht lange auf sich warten lassen. Wir sollten uns direkt zu diesem Tümpel am Center begeben, von dem du gehört hast. Der Ort ist verlassen und geradezu predestiniert für ein Hinterhalt. Sicher wird er versuchen, dort zuzuschlagen. Trifft mich dort, wo das Ufer am höchsten ist, hörst du? Und komme ja nicht auf die Idee, mich sitzen zu lassen. Noch einen Korb in diesem Monat könnte ich nicht vertragen. Zwinker. Mhm. Zwinker, Zwinker, ne? Okay. Äh. 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 In diesem Weg Richtung. Hm? 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 Mein Taxi. Hm? 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 Im Moment, wenn man merkt, dass der Energy zu Neige geht. Dann mal kurz zu trinken nachgießen. So. Vielleicht wird den Bogen haben. Hm? Ah, ja, jetzt hat er auch sowas an. Sehr gut. Ah, dann wissen wir endlich. Also gut, dann wollen wir diesen Heuchler mal in die Volle tappen lassen. Ja, dann wohnen wir mal, ne? Äh. Äh. Die Kluft steht dir ausgezeichnet. Solltest du öfter tragen. Aber Spaß beiseite. Schnappen wir uns den Betrüger. Höret mich vom Schicksal gebeutet. Ich bin ein Diener des Ordens von Niltal. Seid euch... Seid auch ihr ohne Brot und Lohn? Du willst ein Priester sein? Aber natürlich. Das sieht man doch. Ich komme aus der Gemeinde St. Aramalandama. Wenn ihr es wollt, kann der Großzüge Nalt auch euch zu westlichem Wohlstand verhelfen. Seht, es steht alles hier geschrieben. Seine Tattoo sieht man noch überhaupt nicht, ne? Diese Handzettel. Diese unleserliche Schrift. Ha. Es besteht kein Zweifel. Wenn du ein Priester bist, ist meine Großmutter die Sultana. Das Spiel ist aus. Gibt nicht zu erkennen, Ungust. Ähm. Was? Aber wie? Ihr habt euch als Flüchtlinge verkleidet? Mich in eine Falle zu locken? Bitte, tut mir nichts. Ich hatte meine Gründe. Die Bewohner des Goldbasars waren in Gefahr. Die Bewohner des Goldbasars? Erkläre dich. Ja, natürlich. Wie du willst. Wie ihr vielleicht wisst, lebe ich schon seit vielen Jahren auf dem Goldbasar. Vor einigen Wochen haben die Amalja an unseren Pforten geklopft. Uns war ziemlich nachdrücklich mit ihren Pieken und Äxten. Um meine Wahlheimat zu schützen, habe ich den Äxten ein Handel vorgeschlagen. Sie sollten uns in Ruhe lassen und wir würden ihnen dafür liefern, was sie wollten. So, so. Und was haben die Banditen gefordert? Zu einem wollten sie die Fahrpläne für Kristall- und Erzlieferungen aus einer Narva-Mine. Das war noch relativ leicht. Ich habe einfach einen der Arbeiter da mit ein paar Gil und billigem Fuse bestochen. Doch damit haben sie sich nicht begnügt. Arbeiter wollten also auch noch von mir. Arbeiter wollten sie also auch noch von mir. Was sollte ich da tun? Wenn du die Wahl gehabt hättest, deine Freunde oder Fremde zu verkaufen, hättest du nicht das gleiche getan wie ich? Nicht unbedingt. Spieche nicht den barmherzigen Redania. Du hättest dich erst einmal an die Legion der Unsterblichen wenden können. Wie konntest du nur so niederträchtig sein? Und ja, die Amalja waren überaus freundlich. Was soll das heißen? Sie haben einen Haufen Gil sprengen lassen, Mann. Und zwar einen ziemlich beachtlichen Haufen. So viel Mullfleisch konnte ich ihnen mein ganzes Leben nicht verkaufen, um so viel Geld zu verdienen. Genug Abschaum. Du hast dein Land verraten. Deine Landsleute verkauft. Alles für ein paar dreckige Gil. Du widerst mich an. Hauptgenade, ich... Da hier. Du schon wieder. Ach, du bist wie ein Fluch. Ich weiß, dafür bin ich bekannt. Wahrscheinlich warst du es auch, der den Amalja den Patrouillenrouten von Diesplänen der Legion zugespielt hat, was? Nein, damit habe ich nichts zu tun. Ich schwöre. Nun, mit dieser Frage werden sich die Inquisitoren der Legion sicher noch persönlich auseinandersetzen wollen. Du wirst für deine Missetaten büßen. So oder so. Glaubst du mir, Freundchen? Nein. Ach so, lass nicht. Er stattet du mir einen vieljährigen Bericht. Um diesen Dreckskerl kümmere ich mich. Äh, wäre doch gelacht, wenn ich die Details der nächsten Übergabe nicht aus ihm herauskitzeln könnte. Dann lass dich diese widerlichen Amalja ins offene Messer laufen, finde heraus, wo sie die Geiseln in Gefangen halten. So, okay, warte. Wo muss ich hin? Karte. Ah, okay. Äh, gut, das kann ich sogar mit Kristall machen. Oh. Wieder Kristallreise. Oder? Ja? Das ist doch eigentlich gehen. Ja. Okay, ja, die wollen viel. Also einmal nach Sonnenwind. Okay. Also dieses Teleportieren ist ja auch echt cool. So war das. Ja. Oh. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass mich von euch hier und so was gerade fliegt. Das spart Zeit. Das spart sehr viel Zeit. Ich komme auch in endlich in den Genuss, mal zu fliegen. Ah. Ach, die Gegend ist einfach toll. So. Müssen wir hier einmal wieder runter. Okay, ja. Müssen wir. Jep. Treten. Ich freue mich ja immer, wenn so Sequenzen kommen, wo endlich synchronisiert wird wieder. Spare ich mir meistens das Lesen. Sochen. Ich freue mich, dich wohlbehalten wiederzusehen. Und noch mehr freue ich mich, dass die Zusammenarbeit mit Tannenklees so reibungslos zu laufen scheint. Sag, wie ist es euch ergangen? Die Amalger also, wie ich vermutet hatte. Vielen Dank, dass du, äh, das hast du ausgezeichnet gemacht. Ich fürchte nur, die Amalger werden weiter weniger kooperativ sein als dieser opportunistische Wiederling von einem Händler. Es sieht ganz so aus, als wären wir auch in Zukunft auf deine tatkräftige Unterstützung angewiesen. Mach dich auf eine harte Schlacht gefasst. Was ist mit einer Waffe? Wahrscheinlich nichts, was ich gebrauchen kann. Äh, es ist vielleicht an der Zeit, dass du mit einer wichtigen Technik vertraut wirst, um dich besser für die kommenden Herausforderungen zu wappnen. Vielleicht hast du schon von der Genix gehört, dem gelehrten Techniker. Er hat einen Weg gefunden, verschiedenste Ausrüstungsgegenstände mit einer außergewöhnlichen Prozedur stabiler und stärker zu machen. Viele waren anfangs gegen ihn eingenommen. Wer ein Goblin ist und gegen die halten sich ja hartnäckige Vorurteile. Aber er hatte sich zur Aufgabe gemacht, unvoreingenommene Abenteurer in seine revolutionäre Technologie der Materialverarbeitung einzuweihen. Wenn du ihm darum bittest, wird er dir alles über die Materie erklären. Ich gebe dir auch gleich ein Testobjekt mit, an dem er die Technik demonstrieren kann. Hier, diesen durch. Bring den zu Mutter Genix. Auf dem Feuerhügel, wo er seine Gerätschaften aufgebaut hat. Du wirst den Ort gleich an der Rauchsäule erkennen, die von dort aufsteigt. Mutter Genix. Das klingt wie etwas von Astricks und Obelix. Aber es scheint wie in Teil 7 die Materie zu geben. Das ist cool. Die Materie sind cool. Nur ich und Sachen herstellen oder umbauen. Das ist so etwas, was ich in Spielen leider nie tue, weil ich immer nicht mit klarkomme. Siehe Witcher 3. Wie oft habe ich meine Waffen verbessert? Hm. Ja. Äh. Gar nicht. Ach. Die Drohne noch. Ah. Okay. Okay. Da bin ich. Nein. Ey. Der kann irgendwie auch einmal hin teleportieren zum Kohlenstaubbahnhof. Hui. Die Namen sind immer so das Geilste. So. Ah. Guck. Transmutation. Oh, Großwachsene, kommst du für Wörtertausch zu Mutagenix, ja? Äh, ja, hier, bitte, nimm. Es wohnt im Ding das Herz seines Herrn. Es wandelt zu glänzenden Stein seinen Kern. Glänzende Materie, leuchte und strahlt. Du bist der Wille des Besitzers als Kristall. Eher dein Gut, benutze es lang. Wandle es um, sei nur nicht bang. Dann wird das Kristall, der stärkt, was du hast. Setz ihn ein, so du kannst, und er passt. Versuchen wir jetzt Eigenselbst, ja? Was, was schaut Großwachsene mit Telleraugen? Haben wir schon Freunde werden mit Schüttelhand? Ich hasse Reime. Oh, mit Filia hat dich weiter geschickt, hierher? Lass Muttergenix Wortgeschenk über Materie schenken. Großwachsene Ohre aufspannen wie Segel, damit Worte ganz im Ohr bekommen. Aber vor, wo zuerst, zeigst du, was du, Klammer greifst. Alter, was ist das für ein Deutsch? So, so halb Reim, halb... Mischmasch? Stumpfrund wie Gillmünze. Solche Töten, solche Tötenwerkzeug muss man mit Filia Müller, Müll werfen. Äh, für Augen, Augenbeispiel soll genügend, genügend sein. Ich weiß nicht, ich hab sowieso schon Probleme zu lesen. Aber dann scheiße zu lesen. Hm? Das ist dann doch nochmal ein bisschen schwieriger. Hier, Meister, die Materie. Psst, jetzt heften Augen auf Meisterkönnen. Materie ist eingesetzt. Und Koho, Tötenwerkzeug, Glänzenhell, Riesenstark, Muttergenix wird Gratis schenken an Menphilia. Materie ist eine Art von Stahl. Man gewinnt sie, indem man die ätherische Essenz aus langen und intensiv benutzten Ausrüstungsgegenständen extraiert. Man verfügt also die Energie, die der Benutzer durch seine wachsende emotionale Bindung mit der Zeit in den Gegenständen hat einfließen lassen. Natürlich ist es nicht jede beliebige alte Gegenstände auch zum Materiasynthese geeignet. Sobald du Materie gewonnen hast, kannst du sie in einen anderen Gegenständ einsetzen und deine Eigenschaften damit verbessern. Das werde ich mir niemals merken. Interessant ist, dass man sogar kaputten Ramsch wie ein Durch dennoch aufmotzen kann. Materie ist schon echt heftiges Zeugs. Das werde ich mir niemals merken. Koho, haben Großwachsene in Auge bekommen, leuchten bei Vorzeigen von Muttergenix? Hören dann mit Spitzohren, damit Leuchten auch in Denkschale von Großwachsene kommt. Mutsu erst viel bewegen. Hände bis Handwerksmeister. Dann Wirsu machen viele Seelen selbst. Materie, Stein und töten Werkstück. Stark sein wie hart. Harte Fels. Warte, fertig. Und jetzt gehen mit Schnellschritt. Muttergenix brauchen Einzelzeit. Für Aufräum in Denkschale. Lernschüler von Muttergenix können löschen. Gierig wissen von Großwachsene. Macht zu, Wörtertausch mit ihnen. Ich habe noch nie einfach so für so lange gebraucht zu lesen. Wortverstand, Nixe. Äh, Matthias mit dem Endgame natürlich. Warte, jetzt mal keinen Kopf. Das klingt gut. Das klingt gut. Keinen Kopf machen klingt super. So. Okay. Einmal wieder nach Horizont und dann zurück. Da, Marsch, Marsch. Ei, 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 ei. Das wird ein Porn nicht Gutschein bekommen. Äh, äh, äh. Gutscheine? Ah! Okay. Ja. Ah, okay, okay. Warte, warte. Äh, Haarbruch. Uh, 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 uh. Ja, danke. Äh, Nutzung des... Okay. Ja, äh, ja. Da kannst du mal sehen, wie ich auf sowas achte. Und das Schlimmste ist, dass das nicht nur in diesem Spiel so, das ist in fast jedem Spiel so. Und wenn es um Handwerkssachen geht, ist es noch schlimmer. Ich muss da echt mal... Aber, warte mal, habe ich eigentlich nicht noch irgendwas? Äh. Die normalen Porn müssen gucken. Ah! Ah, okay. Okay. Wobei ich jetzt auch kein Problem damit hätte, dass du Zeit... Aber, äh, ja. Wenn man was umsonst hat, sollte man das vielleicht auch mal benutzen. Äh, willkommen zurück. Ausflug zum Feuerhügel war aber zugebnisreich. Ja, hier bitte. Nimm das ohne Ding. Oh, wie meisterhaft. Es ist nicht zu glauben, welchen Unterschied so ein kleines Stückchen Materia macht. Die Technik erfordert zwar zunächst einige Übungen, aber auf lange Sicht macht sich die Mühe auf jeden Fall bezahlt. Du wirst dich noch unzählige Kämpfe stellen müssen und ganz sicher wird es manchmal eng, während Materia kann da über den Sieg und Niederlage entscheiden. Diesen Vorsprung solltest du nicht einfach verschenken. Und da wir gerade über Kämpfe sprechen, ich möchte, dass du eine bestimmte Aufgabe erledigst. Temkret hat uns gerade höchstbedeutsame Informationen überbracht. Äh. Okay. Ähm, abschließen. Ich kann noch ein Teleport-Ticket mit dem ich gerade exporten kann. Äh, und da war zu der Fall das ist ziemlich viel gist. Okay. Uh. Das Bild gefällt mir. Kommen wir endlich zu einer Quest, die ich toll finden werde? Wie kommt mir da endlich hin? Äh, es gibt eine neue Entwicklung in dem Entführungsfall, den du untersucht hast. Wir haben aus Ungust dem falschen Priester herausgepresst, wo und wann er mit dem Amalja Handel ertreiben wollte. Stupid 20. Haha. Deswegen gerade wieder der Blick. Ne? Haha. So toll. Die Amalja wissen noch nicht, dass wir ihn enttarnt haben. Und das wollen wir natürlich ausnutzen. Du, Ederias am Foto, wirst als Vertreter unseres Bundes an der Operation teilnehmen. Das Ganze geht nämlich von der Legion der Unsterblichen aus. Wir haben einen Plan ausgearbeitet und uns um Mithilfe gebeten. Wir setzen großes Vertrauen in dich. Sankt wird später auch zu euch stoßen. Ich hoffe, dass uns dieser Einsatz endlich enthüllt, wohin die Flüchtlinge und die Kristalle der Amalja-AG verschwunden sind. Und nicht nur das. Falls wir diese Mission erfolgreich bewältigen, können wir auch die Lösung des Primare-Problems um einen bedeutenden Schritt näher gekommen sein. Gehen nach Camp Knochenbleich und stoßen dem Trupp der Legion, der dort wartet. Aber eins muss dir klar sein. Die kriegerischen Amalja werden sich niemals freiwillig ergeben. Okay. So, okay. Also, warte. Wir haben ja jetzt hier... Ähm... Werde ich doch mal sowas verwenden, wenn man das schon mal hat. Jetzt da ich ja wieder weiß das nicht, welche besitze. Und so, warte. Wie funktioniert das? Ähm... Ah, okay. Das... Das beantwortet die Frage. Müsste hier dran sein, oder? Ja, nein... Ja! Ja, gut. Die Vertreterin des Bundes der Morgenröte. Mehr Leute haben die nicht. Nicht gerade ein mächtigeres Aufbrot, oder wie siehst du das? Aber wenn du dir das zu traust, also hör zu. Wir wollen uns ein paar Amalja schnappen, die dann ausquetschen, bis sie uns sagen, was sie mit den entführten Flüchtlingen angestellt haben. Und ungust den zwieligten Gesellen benutzen wir als Köder. Die Echsen wissen ja nicht, dass seine Tarnung aufgeflogen ist. Und werden nichts ahnt heranverkennen, wenn er mit ihnen handeln will. Hm, handeln. Dann werden wir ihnen zeigen, mit wem sie es zu tun haben. Kapiert? Klingenschärfen als Chienenzähne, um Fäuste härter als Granit. Äh, Fäuste... Doch, Fäuste härter als Granit. Das ist unser Leitspruch. In unserem Distrikt werden nicht einfach unschuldige Bürger entführt. Dein Posten ist bei der unsichtbaren Stadt. Warte dort auf Feindkontakt, oder bis ich dir andere Order erteile. Machen wir mit dem lustigen Treiben der Echsen ein Ende. Okay. Oh, ist das der Schokomoppe? Ich will den Schokomoppe rein. Oh, okay. Wieder eine Reise um die Welt geführt. Oh, so. Ah, da ist der ZJ. Also, sowas sieht man schon wieder. Äh... Ich rufe 24 Wochen. Boah. Ich mag den Typen nicht. Ist der Händler da? Jawohl, Kommandant. Alles ist bereit. Gut. Dann warten wir ab, bis sich die Schuppenviecher zeigen und treiben ihm das Entführen aus. Jawohl. Geht doch in die Hose. Was? Jetzt hat was zu bedeuten. Jetzt bräuchte man echt so einen Stimmenverzerrer. Irgendwas stimmt ja nicht. Nö, die haben uns erwartet. Würde ich mal so sagen. Ha, 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 ha. Dann kann immer jemand erledigen. Habt ihr euren Feindplan etwa mit dem Feindschub zugeflüstert? Ihr seid hier die Gelackmeierten. Na ja, es ist euch sicher klar, wie ich die Hampelmänner eurer Legionen so lange umgehen konnte. Da gab's wohl einen Verräter in den eigenen Reihen. Haha, tja. War's das wohl gewesen? Was ist... Wer das wohl gewesen sein könnte? Ja. Uh. Ihr Dummköpfe. Ich kannte jeden eurer wirren Pläne. Kaum, dass ihr sie aus eurem weichen Hirn gepresst hattet. Ja, dann würde ich auch nicht länger... euch nicht länger aufhalten. Ihr habt ja noch was vor. Den Löwfe abgeben, nämlich. Braucht solche schlauen Sprüche, ne? Bitte, sie gehören ganz euch, liebe Freunde. Und stammt der Amalja. Ich habe übrigens immer noch meine Eitungsdunter. Wie geht das sonst in die Hose? Äh... 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 Okay. Hm, müssen wir dann dann abhören. Der ist schön gewesen. Wie steht hier, Gott sei der Kind? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir überleben, äh... über Null. So. Wir arbeiten uns nur kontinuierlich vor, ne? Die Waffe ist wichtiger als die Kleidung. Aber man würde gut aussehen im Kampf. Ne, hat schon recht, hat schon recht. Ich glaube, schlimmer wäre es echt gewesen, wenn ich die Waffe nicht hätte. Hm. Wobei mir das auch schon mal passiert ist. Dass ich dann ohne Kampf... Ohne Waffe dann da stand. Also nicht in dem Spiel, aber in einem anderen ist mir das mal passiert. Da hatte ich auch noch so... Oh. Hoppala! Ja, Mensch, das... Das lief da nicht so gut. Mal. Mal. Ach, kommt heute. Ich bin nicht ganz verplant. Ich dachte, andere würde noch weiterleben. Tschüss. Oh. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Oh, ich hab da eigentlich Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Mich stört das eigentlich überhaupt nicht. Aber kann ich gerne machen. Im Moment, wenn man merkt, dass man eigentlich kein Leben verliert. Oh, aber ich muss die Musik hören. Oh, aber ich muss die Musik hören. Ich glaube, sie ist auch ähnlich wie im Zwölften. Ja, ich habe halt... Genau, weil die dann nämlich ankommt, dachte ich, dass das nicht ganz so gut wäre. Aber wir haben ihn ja gleich. Ja, er haut ja grundsätzlich teilweise drauf. Sicher erledigt aber. Jetzt kommen wir noch ein bisschen auf den Kick. Äh, Such. Such jetzt mir ein bisschen... Open Senkel. Der andere lenkt die hinter hinten ja ganz gut ab. Passt ja. Reicht, wenn er hier mitkämpft. Wir haben ja Zeit. Ja. Ja! Ich glaube, wir können mal einen Heiler ziehen. Ja! Ja, das glaube ich auch. Ich meine auch, dass wir vorher ein bisschen mehr fahren. Da liegt einer. Ich glaube, da sieht sich für so das Gute aus gerade für uns. Seid doch vernünftig. Äh, äh. Vernunft. Ja, ist so in mich vernünftig. Ich lache dir ins Gesicht. Pass auf! Eine Blubberblase muss herum. Warum werden wir eigentlich immer in den ungünstigsten Momenten ohnmächtig? Los, nehmt sie mit. Ihr geht gefälligst auf euren eigenen Beinen. Abmarsch. Heräterische Abschaum. Ja. Also, unser Charakter ist echt die perfekte Art, so in den unmöglichsten Situationen einfach mal umzufallen. Sochen. Wenn mich nicht erst täuscht, wollen wir uns die Amalja ihrem Gott opfern. Aber wenn ich sterben muss, dann wenigstens in einem würdigen Kampf. Ein normaler Inhaltssucher. Was? Achso. Warte mal. Äh. Warte mal. Wo war das jetzt? Meinst du das hier? Ist das so besser? Hm. So. Okay. Well. Okay. Okay. Well. Okay. We have it. We have it. Let's go. Bis zum nächsten Mal.